Okay, einfach... Ähm... Fuck! Nein! 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 Oh, es kann springen! Oh, okay. Vielleicht sollte ich dir hier als Plattform dienen. Oder, oder das? Ähm, ich kann nur nicht... Ich kann mich nicht festhalten. So. Okay, wegmachen. Und dann musstest du es auch wieder hinmachen. Hä, das ist knappes Fett. Oh. Okay. Und wegmachen. Okay, das klappt so nicht. Du kannst auch einfach auf meinen Kopf springen. Von da aus müsste es ausgehen. Du musst nur das Ding wegziehen. Ich glaube, vier Blöcke kommt man gerade so hoch. Jupp, das ist einfacher. So, irgendwo muss er sein. Okay, nimm schnell, schnell, solange er auf dem Cooldown ist. Oh. Keine Chance. Er mag mich besonders. Er hat mich. Perfekt. Jetzt mal habe ich es auch geschafft. Jetzt wieder alles rückwärts, ja. Ich werfe dich hoch. Warte, vielleicht sollte ich... Nein, soll ich nicht. Brauchst du nicht. So, jetzt das gleiche nochmal rückwärts. Ähm, was? Bist du grad einfach da durchgelaufen? Ja. Jetzt muss mir nur noch helfen. Oh, egal. Egal. Lass mich einfach explodieren. Oh. Das war vielleicht keine gute Idee. Moment. Achso, einfach alles rückwärts. Ja, springen. Spring. Du musst es hochwerfen. So bin ich vorne agiert. Einfach alles höher schmeißen. Was nicht anders zu machen ist. So, bis jetzt... So, lauf mal in die linke Ecke. Oh, Moment. Hä? Ich glaube, wir kommen hier nie wieder durch. Das ist eigentlich Job, ja. Das können wir so nicht bearbeiten. Nicht wirklich. So kann ich nicht arbeiten. Bleib mal da. Bleib mal da. Achwohl, so kommen wir hier auch nie wieder zurück. Ich kann dich nicht so weit werfen, glaube ich. Oh, oder doch. Du musst jetzt ganz alleine bis ganz unten den Schalter aktivieren. Das geht gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben es verkackt. Die Frage ist, warum ist da eine gerade Linie entstanden, bitte? Wegen deinem Geglitsche? Ich weiß es nicht. Ah, ich sehe mich da hinten. Ja, ja, jetzt sehe ich es. Hui. Das müsste also eigentlich noch gehen. Mal gucken, ob wir das wieder gelöst kriegen. Achso, wie soll ich denn jetzt da rüberkommen alleine ohne den Glitsch, den du hattest? Äh. Das geht nicht. Das geht, aber ich glaube, das ist eine schwierige Angelegenheit. Ich kann es ja mal ein paar Mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Jetzt brauche ich eh wieder bei dir. Ja, aber das geht doch dann gar nicht. Hä? Ja, genau. Dann das blockiert ja den Ausgang. Das heißt... Na gut, dann bleib mal hier. Ich versuche das jetzt ganz alleine. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber hier komme ich eh nicht hoch. Du musst es wechseln. Einmal. Warten. Alle Laser sind draußen. Ähm. Okay. Ja, ja, sei wesentlich schneller als ich. Das wird ne Weile dauern. Ah, das weiß ich glaube ich. Das ist ganz schlecht. Komm her. Du scheiß Vieh. Ja toll, jetzt schläft es direkt davor. Boah. Hurray. Danke für die Laserstrahlen. Dafür weiß ich jetzt, wie ich ihn einsperre. Der lässt sich nicht einsperren. Danke. Also, ey. Das ist in einer Einstellung. Es wird klappen irgendwann. Die Einstellung ist definitiv nicht die falsche. Die grüne klappt nicht. Da komme ich nicht hoch. Das muss die andere sein. Ich gehe erst ein bisschen rüber ganz und dann mache ich das gleich. Ja. Das ist ne ganz schlechte Idee. Lass es einfach auf der weißen Einstellung. Dass die weißen Blöcke da sind. Denn anders geht es nicht. Ich kann ihn... Du kannst ihn auch als Futter dienen. Das funktioniert. Du kannst ja wieder hier hoch gehen einfach so. Denn ich bin kaum schnell genug um vor ihm zu entwischen. Ja. Ja. Wie soll das gehen? Kann ich an ihm vorbeispringen. Du musst ihn anlocken. Und selbst dann müsste ich immer noch den Glitch da oben reparieren. Das geht nicht. Ja. Ich werde mal das Level zurücksetzen. Denn dieser Glitch da, der da vorne entstanden ist, hat uns den ganzen Plan versaut. Glaube ich. Und jetzt dürfen wir das nochmal machen. Aber jetzt wissen wir ja beide wie es geht. hier mal eine gedauert werden soll. Hidden-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F! Ich glaube, das ist die einzige Idee, wo wir nicht Probleme kriegen können. Guck mal, so schwer ist es nicht und so kommt man auch wieder durch. Das sah gerade chaotisch aus. Wow, das geht sogar alleine. Es muss chaotisch aussehen, nur dann funktioniert es auch. Das wollte ich nicht. Ach ja, du willst den Gem kriegen. Du schaffst es. Ich glaube an dich und grill. Und kein Grill. Okay. Sorry. Achso, wir müssen ja noch den Gender umkriegen. Ach, schade. Wir fahren. Versuch wert. Er hat mich nicht gesehen. Das war Glück. Wow. Das klappt aber, ihr seid bei mir zumindest. Nein, ich muss es schaffen. So. Du glitschst jetzt wieder hier rum, ja. Das war aber auch wirklich komisch. Okay. So, und jetzt geht es hier lang. Ich warte. Okay. Aber jetzt sind noch keine in einer geraden Linie. Ich krieg das hin. Ich nehm den hier rüber. Jetzt muss ich nur irgendwie hier wieder rauskommen. Okay. Diesmal habe ich auch viel Platz zum Arbeiten. Das müsste auch noch gehen. Jo. Geschafft. Glück gehabt. Okay. Das ist jetzt genau andersrum wieder. Äh. Und das auch andersrum. Kommen sie schon. So. Kleine Freunde in pink. Ey, Moment. Wir sind auch pink. Das ist perfekt. Das ist tatsächlich hier unten alles. Alle Challenges wurden gespiegelt. Und wir haben auch alles, glaube ich. Gucken wir mal nach. Hier ist kein Secret. Wuiiii. Mann, dann mach mich fertig. Ja. Aber das war, das war wirklich Zufall, dass da so ne glatte Linie entstanden ist. Oh, was? Haha. Wir haben sogar Zeit bekommen. Boah. Wahnsinn. Cool. Oh. Von wegen cool. Da kommen wir gar nicht durch. Na gut. Na gut. Erstmal den offensichtlichen Weg. Immer. Immer nach rechts. Da gibt's schon mal den ersten Jam. Hier gibt's den zweiten Jam. Und der Typ muss hier weg. Wie kriege ich... Achso, den kriegen wir ja gekillt irgendwie. Mit sowas zum Beispiel. Das ist nur zu ihm runter gehen. Dann... Da ist er tot. Puh. Jetzt hier oben auch noch irgendwas. Oh, schnell genug. Oh ja, man muss schnell genug sein. Okay. Was war jetzt hier drüben? Der Stein. Ah, okay. Kannst du da drüben den, den, den Dings aktivieren? Äh, rechts. Den Dings? Den rechts den Schalter wieder. Diese, diese Dings-Plattform. Naja, genau. So. Dann hier rüber. Und ohne dass er da drauf fällt, denn sonst... Moment, was bringt es uns jetzt? Achso, später können wir den dann benutzen. Jetzt bringt er noch nicht so viel anscheinend. Wir müssen erstmal die Schalter umlegen. Jetzt... Gab's hier noch irgendwas? Naja, ich kann da nicht hoch genug springen, wieso auch immer. Oh, jetzt musst du dich aber bei. Weißt du, das ist schwierig. Ja, ein bisschen. Okay. Okay, das war tatsächlich der Weg. Töt ihn. Sehr gut. Oh wow, war der Kopf. Schubst mich hoch. Danke. Du musst nach oben drücken. Ah, da war die. Das, okay. Schön. Okay, das war einer. Oh, weil ich kann das so machen können. Oh, ja. Scheiße. Cheater. Okay, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Sehr gut. Okay, das war einer. Aua. Der Boomerang hat mich Aua gemacht. Oh oh. Oh oh. Ähm. Oh. Und funktioniert's jetzt schon? Nope. Vielleicht hab ich den auch irgendwas übersehen, irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Okay, da drüben. Hä, Moment mal. Okay, da kommen wir aber so noch... So noch nicht durch. Ähm. Ähm. Nope. Das klappt nicht. Bin ich schnell genug? Aber jetzt haben wir alles einmal abgelaufen. Was ist der schon wieder? Hm. Jetzt sehen wir wieder das ganze Level. Irgendwie muss das aber auch gehen. Vielleicht kann man geworfen werden oder so. Oder ist da drüber noch was gewesen? Da drüber könnte... Ne, da ist auch noch die tot. Weißt du? Wenn man jetzt da drüber läuft, dann wird man immer wieder weggeworfen. Oh, vielleicht muss man immer wieder springen, so wie du das grad machst. Ja! Wow. Hohohoho. Schön gewagt. Aber das hilft uns gar nicht weiter. Oh. Ich muss da auch hin. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, bitte? Keine Ahnung. Ich geb dir mal sowas. So? Nein, hält dich. Äh. Ich hab nur einen Bummeran. Hä? Autsch, 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 Autsch. Moment, kann man da vielleicht auf dem Rand stehen bleiben? Ja. Moment, das ist immer noch zu hoch. Hä? Moment. Achso, du kannst ja deine Dinger da nehmen. Die sind zu nah. Auseinander. Tuck, tuck, tuck. Ich geh dir mal ausm weg. Ah, jetzt. Hä? Warum halten die manchmal einfach nicht? Der ist wieder zu weit oben. Oder? Naja, könnte klappen. Ne, ist zu weit oben. Bist du sicher? Also, ich schaff's von hier. Dann denk' Ich bin nicht zu blöd. Ohohoh, fuck! Na, dann bleib ich mal hier oben ne Weile, ne? Ach ne, ich muss ja erstmal hier rüberspringen. Okay, jetzt darf... War's das schon? Ich hoffe, es war's schon. So, und jetzt müssen wir irgendwie finden, was wir jetzt machen sollen. Also, vielleicht müssen wir da in die Mitte. Kommen wir da irgendwie ran? Ja, natürlich. Sehr schlau. Oh, das wird die Krakens releasen, warte mal. Okay, von mir aus kannst du's reinwerfen. Ich komm gleich. Komm schon, explodiert! Aua! Danke, dass du mich haust. Na ja. Ich wusste doch, dass das so gedacht war. Jetzt müssen wir nur noch da oben ran kommen. Tada! So, wo ist der? Wofür ist der jetzt? Äh, war der vielleicht dafür gedacht? Ich hab keine Ahnung. Vermutlich. Da hat man, glaub ich, gerade ein wenig... ...gexploaded. Aha, so muss es sein. Ist nicht unsere Schuld, wenn das Spiel so ist. ...und das Schwein noch herkriegen. Jetzt. Also... Ich hab keine Ahnung.